Ein Bahnübergang in Polen. Es nähert sich ein LKW mit hochgeklappter Ladefläche. Und ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, nun ja, es geht halt schief. Schwungvoll brettert der Trucker in die Bahnstromleitung, dass es zischt. Nochmal kurz umgedreht, Tatsache, das war ich. Beim nächsten Mal stellt sich dieser Fahrer bestimmt cleverer an. Hoffentlich.